Capcom presents Marvel Comics Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Marvel vs. Capcom Fighting Collection und ja, hier kommen wir erstmal zum letzten Arcade Run X-Men Children of the Atom und zwar mit Psylocke. Psylocke mag ich sehr gerne vom Design her, vom Charakter, ja... da ich sie, wie gesagt, nicht so oft, ja auch in den Comics, ja, weiß nicht, sie ist schon präsent, sie hat ein cooles Design. Sie ist ganz klar der Ninja-Charakter. Es gibt auch Events, wo sie dann mit den X-Men ganz klar unterwegs ist. Ich finde es aber auch smart, dass Capcom die genommen hat, weil damit haben wir einen Ninja-Charakter. Aber da ich nicht weiß ganz genau mehr, wie, ähm, wie Psylocke sie spielt, beziehungsweise, ja, weil, my God, ne, Marvel vs. Capcom 2, da werden sie bestimmt ganz anders spielen. Oh shit! Das ist schon schwer, Digga. Oh! 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 wie? Habe ich jetzt nur Glück gehabt! Psylocke! Oh! Oh, komm schon! Diesen Ninjutsu nützt nicht tatsächlich viel was. Das wäre ja natürlich krass, wenn alle Hits wären. Next time I suggest you try fighting back. Es ist schon schwer. Mit der, die hat jetzt wirklich nicht viel drauf. Natürlich gegen immer so einer Storm ist das eigentlich. Ich benutze sehr wenig, eigentlich auch hier. Ist das ein Projektil? Muss man gleich gucken. Round two! Fight! Ja! Das ist ein Projektil. Oh, ich komm nicht an die Wand. Wird schwierig. Am Ende. Das ist ein Projektil. Vor allem gegen Juggernaut. Da muss man natürlich wieder ran. Oh, Spiral-Wähler. Ja! 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 Du kannst sie mehrmals hintereinander einsetzen. Das ist ihre Besonderheit bei ihrem Spezial. Hab sie! Man muss sich ein bisschen reinspielen, aber ich würde Psylocke jetzt persönlich nicht noch mal nehmen. Würde schon bei Bolven und Storm bleiben. Psylocke ist aber auch eine nette Abwechslung. Psylocke! 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 Komm nicht ran! Psylocke! 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 Habe ich Glück gehabt? Psylocke! Psylocke! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, den hab ich aber noch bekommen, ey. Mann, Mann, Mann. Oh, das ist so hart. Am Ende. Mutant hunting. Ah, die hat gute Kicks, okay. Ah, die hat gute Kicks. Ah, die hat gute Kicks. Ah, die hat gute Kicks. Sie gewinnen. Rund 2. Wart. Kack! Kack! Nimm sie mich einfach. Was ist, was war's? Ja. Was ist, was war's? Ja, wollen wir mal schauen, wie sie sich in Marvel Super Heroes spielen wird. Ah, das ist die Samurai-Gate. und haben ihn weggeworfen so gegen juggernauts dann wollen wir mal schauen dass das jetzt kommt das jetzt von der schwierige zahl ich muss nur warten oh man Oh, der Scheiße. Ich kann nicht rüber. Ich war Stunt. Ich war Stunt. Boah, gerade noch blocken können. Ich kann mich nur erinnern, dass er in MBC 2 ganz schön krass unterwegs war. Da ist er wieder, Mr. Lenzherr. Ja. Ich war Stunt. Ich war Stunt. Ich war Stunt. Ich war Stunt. Boah, ich habe noch gewonnen. Ich bin Timeout. Mein, mein Mann. Mann, 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 Mann. Ich war Stunt. Oh, Mann, ey. Das ist schwierig. Ich war Stunt. 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 Aber mein, mein Mann, Mann, Mann. Das ist... Das sind Chaos und Rüben. Ich war Stunt. Ich war Stunt. Das war's für heute. Oh, haben wir's. Warum nicht gleich so? Mann, Mann, Mann. Das war's für heute. Oh, mein Gott, das ist... What? You must be insane. Begone. Robert? Mr. Bobby? Let's go home. I wonder if I would ever go back to this life. I must admit, it does feel good. Go away, Cyclops. All's up. Wahrscheinlich habe ich mit Storm nicht so einen guten Highscore. Obwohl es besser ging, aber naja, egal. Äh, ja. Meine Damen und Herren, das wär's mit X-Men Children of the Adam. Das nächste Spiel, was wir in Angriff nehmen würden, wäre dann... Marvel Superheroes. Da wollen wir mal schauen, was hier abgehen wird. Ich hab auch schon festgelegte Leute, mit denen ich spielen wollen würde. Das wären dann ganze vier Arcade-Bands. Sehr gespannt, welche das sein werden, aber das werden erst mal zwei X-Men sein und dann tatsächlich zwei Marvel... äh, andere Marvel-Charaktere. Jedenfalls, ich würd' sagen, ja, wenn euch die Video gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein X-Men bzw. Fighting-Stimm-Zeug gefällt, dann hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würd' sagen, ich bin die Kate des GameStates 5 und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Marvel Superheroes. Bye, bye.